So, ich bin wieder zurück. Da habe ich doch ein bisschen was abgeräht. Was passiert? Machen wir nochmal auf Luft. Level in Luft. Warte jetzt halt bis alle Sturmdrüppler zurück sind. Ich frage mich wo mein Architekt ist. Weil meine Tiere stehen hier alle alleine. Und ich war jetzt ja irgendwie live an der Tür und so. Seitdem ist er nicht aufgetaufen und hat mich hier stehen gewesen. Mal noch eine Geschichte überlegen, warum ich hier nackig stehe. Mhm. 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 Ich habe eure Ausrüstung unter Wasser gefunden. Ja, ein riesiger Fisch mit sehr vielen Zähnen hat sie mir vom Leib gerissen. Meister, wie geht es Ihnen? Ich habe nichts abgekommen. Ich habe nichts abgekommen, aber meine Rüstung war weg. Droide erscheinen zum Imperium zu helfen. Was? Fehlt noch etwas mein Lord? Fehlt noch etwas mein Lord? Sie haben einen Droiden gefunden. Ja, er ist zum Skilett gerannt, aber wo ist unser Architekt? Das vermisse ich auch schon länger. Captain, haben Sie den Architekten gesehen? Nein, ich kam erst vor kurzem wieder am Strand an Land an. Hören Sie mal einen Funkspruch. Architekt, hier spricht Captain Faust, mal können Sie mich hören. Meine Leute, ich habe keine Antwort erhalten. Wir schlagen hier ein Lager auf. Vielleicht taucht er ja noch auf. Wir werden eh gleich zur Nacht ruhen müssen. Sturmzobbler? Ja? Platzieren Sie Ihren Schlafsack und legen Sie sich durch. Wir müssen noch Feuerholz sammeln. Wir müssen noch Feuerholz sammeln. Loosen von den großen Fischen. Haben Sie? Zähne von den großen Fischen. Haben Sie noch die Untersuchungslupe? Ja, habe ich. Interessant. wie viele von diesen zähnen haben sie acht stück auch eine kotprobe von diesem großen tier da dass sie nicht bemerken für mich sie mal das alte heraus das die 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 ok willkommen im stream wie es aussieht willst du mitmachen du mischst dann aufs ts komme dass die admins dich einweihe bezüglich story und co aber lad erst mal die addons und so captain fass mal wir sind dran eine neue kreatur untersuchen nur dass sie wissen wo wir sind im imperialen funk aufnähen captain fass mal waren sie das nein mein lord was für ein funksignal kriege ich hier rein ich bin einer von den rebellen wir haben ihren stumper einführt was verlangen sie wo ist ihre position wir verlangen erstmal eine unterhandlung wir würden einen unterhändler schicken sollte diesem unterhändler etwas passieren dann wird ihr sturmtrupp verstärkt was ist los es ist nur ein sturmtruppler welchen sturmtruppler genau haben sie da müsste ich ihn erst mal fragen was für eine nummer der hat fass mal hören sie den funk mit fass mal versuchen sie das das signal zu orten fass mal versuchen sie das signal zu orten und mein imperator da hinten läuft ein springer rum ihr solltet ihr auf ihn achten dass er nicht zu hause kommt der durmtruppler hat die nummer 378 schein soll es hätte der springer der tor angekündigt gut das ist nicht nur ein sturmtruppler dann sind wir doch erfreut also haben sie interesse an einer unterhandlung diesbezüglich weiß dieser unterhandler wo wir uns befinden wo befinden sie sich denn geben sie mir ihre position mit meinem sturmtruppler durch wir werden zu ihnen kommen nachtruhe in halle also sturmtruppler nachtruhe hinlegen wir befinden uns an einer art beachküste 20 32 wenn sie damit was anfangen können so 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 schicken sie ihren unterhändler zur position 20 32 so 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 Sobald wir wieder in Besitz unseres Truppers sind, wird diese geendet. Was können sie nur von uns wollen? Tauscht. Dies bleibt ein Rätsel. Dies bleibt ein Rätsel. Darf sie. Darf sie. Hier, nimm deinen Helm entgegen und reih dich bei den anderen ein. Willkommen beim Imperium, neuer Sturmtruppler. Oh, ein neuer Sturmtruppler hat gefollowed. Cool, cool. Du möchtest dich im Teamspeak mal noch freischalten. Du warst gerade auf dem Teamspeak und ja, irgendwie hast du da komisches Zeichen gehabt. Komm doch mal ins Teamspeak, du musst das Zeichen wegmachen. Sturmtruppler aufgestanden. Lager abbauen. Wir sollen Ausschau nach einer Flairgum halten. Sehen Sie eine Flairgum? Jawohl, mein Leute, aber es ist sehr weit weg. Es können sie in etwa die Position des Sees sein, mein Leute. Alles einpacken. Wir versuchen, da hochzukommen. Sturmtruppler. Nehmen Sie bitte die Stache. Packt bei mir hin. Die Barriere. Die Barriere mit. Hoppla, da war Öl dabei. Alles einpacken. Flach. Würden Sie die Barriere. Warum? Wird ja eigentlich nichts mehr wie Öl A gezeigt. Die haben das doch geändert bei A. Alles wieder nur in Kichte. Na ja, 12 volle Stacks ohne Klenner. Mein Lord, kann ich die Stacheln hier im Tal ihres Pfeilbaus legen? Deswegen haben wir dieses Tier mitgenommen. Wer nimmt den Springer mit vom Architekten? Käpt'n Fasma. Warum ein bisschen verwirrt? Konnten wir auch Perlen bergen? In den Satteltaschen ihres Pfeilbaus, mein Lord. Dann Aufbruch. Wir müssen noch einen Weg da hoch finden. Was hast denn du dabei? Du hast noch einen Raptor hin. Ich glaube, ich weiß, was ihr hier ist. Na ganz, also. Egal. Im TS, Berscha erwartet. Die Admins müssen dich juerst mal in die Story reinbringen. Hast du schon alle Mods geladen? Und wir gehen weiter. Wir suchen links am Berg einen Aufgang. Und wir gehen weiter. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. ein sturmtruppler fehlt wissen sie wie teuer das war das haben wir vom schmuggler gekauft passen sie auf ihr equipment besser auf ja 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 ich werde auch munition für ein kleines tier verschwenden jetzt sind selber mutig dabei ist der leute Oh, das hat geklappt. Eine impulsante Stelle. Eine impulsante Stelle. Eine impulsante Stelle. Schüler, hilf! Die anderen Sitten, die anderen, die andere Richtung. Ja. Soll ich hochlaufen? Nein, nein, das ist Herrn Skys Behausung. Sturmbrücker, wo ist der Käpt'n? Mein Lord, wo sind sie? Wir sind rechts um den Berg herum, wo der kleine See ist. Was ist die falsche Richtung? In die andere Richtung sind noch mal Flairgans nach oben gegangen. Käpt'n Fassma hat weitere Flairgans gefunden. Steigen Sie mir die Stelle, Käpt'n Fassma. In diese Richtung sind Flairgans nach oben gegangen. Ja. Scheine von unten. Da sind wir doch hochgelaufen. Da läuft doch nix. Schüler. Ich denke, wir müssen nach unten. Ja. Und hochgerennt. Und hochgerennt. Ja. Und hochgerennt. 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 Hallo, hallo, hallo. Ich würde Ihnen nicht empfehlen, Ihre Waffen hier zu ziehen. Außerdem wollen Sie einen neuen Bauherr suchen. Woher wissen Sie, dass es unser Bauherr ist, den Sie gefangen halten? Ja, wissen Sie, die Pflanzenwelt hier, die hat so ein paar sehr schöne Substanzen. Die machen einen sehr rätselig. Nun, was glauben Sie vom Imperium zu erfahren? Ja, also, es wundert mich schon, was denn der allmächtige Imperator auf diesem Drecksloch vom Planeten macht. Dafür entführen Sie einen ersatzbaren Sturmtruppler, den ich einfach wieder nachklonen kann. Na ja, Sie wären doch nicht hier, wenn Sie ihn so einfach neu beschaffen könnten, oder? Meine Neugier, was das Rebellen-Abschaum vorhat, rauszufinden aus dem Imperium, gilt es hier rauszufinden. Mich hat die Neugier. Ja, wenn Sie ihn dann nicht mehr benötigen, dann kann ich ja die Anweisung geben, ihn zu vernichten. Nun, ich muss Sie mal hinter sich schauen, ob das so eine tolle Idee ist. Eine Klonfabrik befindet sich in dem kleinen Mond da oben. Warum sind Sie dann nur so wenige hier? So wenige fallen wir auch für das Rebellen-Abschaum auf. Sie sind uns aber schon sehr aufgefallen. Wir haben Spuren von zerstörten Lagern gefunden. Euren? Ja, da wüssten wir gerne, was denn da passiert. Wir haben die Lager gefunden. Wir leben noch, eure nicht. Ach, bedauerlich. Wir sind nicht so viele hier. Aber sie scheinen auch nicht. Was wollen Sie im Austausch des Sturmtrupplers? Wir wollen ein Schiff von Ihnen. Ein funktionierendes. Wissen Sie, seitdem Sie unser Lager zerstört haben, haben wir hier bedauerlich wenig Kommunikationsmöglichkeiten. Ähm, ich habe keine T-Fighter. Wie mache ich denn das jetzt? Äh. Gucken Sie doch Ihren Rebellen-Abschaum an, um von hier weg zu kommen. Ja, wissen Sie, das ist unser Problem. Wegen Ihnen mussten wir... Mussten wir unser gesamtes Kommunikationsequipment zerstören. Aber Sie scheinen ja auch keins zu haben. ... ... ... ... ... ... ... ... ...